hey leute wie versprochen jetzt das zweite einer für alle allerdings ohne quackel tiki der musste gehen ich habe schon wieder vergessen wieso hat er nicht gesagt hat er nicht gesagt dafür mit joe ja ich hätte schon gedacht dass er gesagt hat wegen was aber ich habe ich habe es vergessen das ging schnell heute früher nicht einst das war nach zwei sekunden da so wen wollen wir uns entnehmen hier haben wir mal gegen der chase gespielt und das war die Hölle vielleicht nur die kugel okay ich kämpfe und wir haben auch erst jetzt gespielt also ich habe auch noch nicht jetzt gespielt glaube ich doch einmal wie vielleicht schon mal gespielt in arm kann sein in dieser gleiche können jetzt schon wählen ja oder wir müssen uns werden nur noch acht sekunden warum ich nehme jetzt wir haben nicht nur noch eine sekunde und wer wird es okay dann muss ich jetzt mal kurz sehen auf was geht der auf angriffsschaden größtenteils dann werde ich ad und nehmen kritisch in einem angriffstempo diesmal ja irgendjemand hat er nicht ausgewählt oder verlassen ich will nur noch mal schauen welche Charaktere waren gut genau mir ist nämlich ziemlich egal wenn ich mal weder sucht sucht du aus und dann hast du schon mal zwei Stimmen für einen Champion so viel Druck damit kann mir nicht glauben ach oh gut so dass es eine richtig schieß so gab es gelten kann ich auch gut spielen für nichts man ist und dann keinen schon Prozent der Städte der Garten für die Westen in der Katze da habe ich auch noch nie gespielt Wen soll ich jetzt nehmen? Überrasch mich. Okay. Das wäre so geil, wenn das jetzt passieren würde. Das ist Leone, oder? Ja. Und? Ah, schon wieder Ziggs. Wir haben ja schon wieder in der Lift. Oh, ob wir das jetzt ohne Quackel schaffen. Einer weniger, der uns in die Tür beschießt. Oh, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, wenn ich stirb. 30 Sekunden sind es noch. So, jetzt sind die ganzen Skins wieder weg. Naja. Finde ich schon irgendwie... Wenn die nur temporär sind, finde ich das schon irgendwie blöd. Aber gut, das muss auch jeder selber wissen. 150 RP dafür zu zahlen, für diesen Kampfboost. Hm. Gut, ich meine, für 150 RP dann einmal... Also RP Dingens an Skin kriegen. Vor allem für alle anderen. Aber nur für einen Kampf. Für ein Spiel. Naja. Dann geht's los. Also die Leute, wieder alle Ziggs. Aber dann sind wir es wenigstens schon gewohnt und sind ein bisschen fit darin, oder? Ja. 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 LCS mäßig. Hm. Mal sehen, wen haben wir denn alles? Hm? Boah, ich glaube ich habe meine... Oh, das könnte... Ah, ich glaube ich habe vergessen meine Runenseiten und Meisterschaftsseiten umzustellen. Ich weiß es aber nicht genau. Es könnte sein, dass ich jetzt die für Chase habe. Mit Angriffsschaden. Ja. Passt du. Scheiße. Okay, egal. Mal sehen, was wäre denn das empfohlen, ne? Empfohlen. Ja, magisch. Ja, egal. Ich habe ein bisschen weniger magischen Schein, ist doch egal. Hahaha. Ja. Wettraining macht mit Shopperchen. Der hat sich einen Fangschuss nämlich nach hinten. Äh. Hahaha. Hahaha. Das hätte ich aufnehmen müssen, verdammt. Ach, ich bin der da hinten. Okay, ich muss hier raus. Oh Gott. Hahaha. Scheiße. Erste ist blöd. Ah. Wird so gut funktionieren können. Rette. Ja, auch mein Stanz. 2 gegen 5. Oh nein, das sind Minions. Jetzt sind wir irgendwie auf der anderen Seite. Das ist nicht gut. Ja, ich habe ihn nämlich. Ich habe nur eine Barriere zu hinten müssen. Oh, 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 oh. Nein, nicht gut. Gar nicht. Nein, hörts auf mich wegzuwerfen. Verdammt. Ich weiß nicht, wer es war. Freund oder Feind. Aber irgendjemand hat mich zweimal zu den Gegnern geschleudert. Hintereinander. Hintereinander. Das ist schon ziemlich nervig. Ja. Machen wir mal jetzt, wenn wir zurück pushen. Ja, ja. Das hat mit der Seite zu tun. Die obere verliert da uns. Jetzt kommt es mir erst, als ich Yasuo heute gespielt habe und verloren habe, da war ich auch hier oben. Die obere Seite ist am Verlieren. Immer. Ja. Dieser Klopperchen, der Typ, der schießt die ganze Zeit uns, also seine Kameraden in die Gegner rein. Echt? Echt? Muss ich mal drauf achten. Jetzt macht das gleich schon wieder. Doch nicht. Was hat sie da? Oh. Oh nein, die Minions haben eine Bombe abgehalten. Minions töten. Ah Mist, klappt noch nichts. Ui. Nein, jetzt schießt er sich weg. Das sind unsere Minions. Nein, Minen. Nein, noch mehr Minen. Oh. Nein, die waren Minen. Oh. Ja. Oh. 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 Oh, fast alle meine Minen sind gleich kaputt gegangen. Oh. Oh, aber jetzt ist keiner mehr drin. Oh. 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 ist so. Ich leb noch. Oh, ich hab kein Mana mehr. Oh man. Wir haben überall Minen. Die anderen spielen genauso aggressiv wie wir. Boah, wieso geh ich da raus? Ich hab fast kein Mana mehr. Ich darf das übrigens empfehlen. Also kurze mach's ich und das bleibt halt gar nicht verkehrt. Aber ich kämpfe immer den Kelch und oren Dorans Ring. Ich hab mir auch den Kelch der Harmonie. Nein, jetzt bin ich gestorben. Aber Dorans Ring hoffe ich mir nicht. Ich hab mir jetzt Athenis unheimlichen Graal erstmal. Weil dann kann ich will sich Mana so spielen. Aber der Kelch ist auch nicht schlecht. Also wenn Wunder von uns die Säbe 6 hat, kann ich gleich Quartel machen. Ich bin leider jetzt gerade 5 geworden. Oh, sorry. Nein, fast. Verdammt. Jetzt bin ich durch einen Haufen Minen gegangen. Nein, nein, nein. Nicht gut. Gut. Oh Gott, ich will mein Level 6. Die Gegner sind schon Level 6. Nein, ich bin schon zum dritten Mal in 5 Minuten gestorben. Das kann es doch nicht sein. Die spielen wirklich viel aggressiver als vorher. Also im letzten Video. Da ist er gestorben. Oh, ich kann jetzt Athenis unheimliche Graal kaufen. Oh. Läuft. Ein Gegner wurde getötet. Ja, passt. Also du bist auf einer tot. Oh, schade. Hör doch, ich komme exeküten lassen. Da ist er gestorben. Fitscht jetzt wenigstens wieder 6-6. Ja. 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 Genau. Nu schon und..hab ich wen erwischt? Boah, ich bin ja fast tot. All we been, that was he had rained. took this last week? Ja. Wahrscheinlich. Ja, haha. Niemals. Oh, das war knapp. Nein! Aha, Mist. Aha! Das ist wo uns das ausgeht, kann ich. So, jetzt bin ich etwas schneller. Oh, ich bin 3 Ultis ausgewischt. Krass. Du wärst fast an einer kleinen Baume gestorben. 4 Ultis. Das ist schon krass, ja? Oh man, ich hab nur 14 Leben. Ich will hier raus. Ja, ich hab nur die Minions geholt. Nein, Hilfe! Okay, da wollte ich ein kleiner Leg mit dabei. Nicht gut, gar nicht gut. Ey, ich hab ein Assist bekommen. Wie hab ich das geschafft? Ich hab das gerade irgendwann in Povo. Da! Ich will nicht sterben! Oh man, sonst wieder alles in love. Und, und, ja! Erwischt! Ein Gegner wurde getötet. Ja! Ein Gegner wurde getötet. Boah, ciao! Ich leb noch! Haha! Ich lebe doch, ich leb noch! So krass! Nein, 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 nein! Boah, zum Glück! Boah, da! Boah, da läuft um euer Leben. Ihr seid ja schon ausgeglichener 12, 13. Oh, nein. Oh, nein. Aber die Helfthack spawnden immer dann, wenn die Gegner da sind. Ja, das ist fies. Oh, ja. Uh. Oh. So, komm schon. Nein. Ah, Mist. Alles voller Minenfelder. Mhm. Hey, das sind so welche von uns. Oh. Erwischt. Nein. Boah, er hat mich jetzt weggeschleudert. Können wir jetzt auf jeden Fall die Heilung nehmen? Nein. Boah, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein. Jetzt habe ich noch 70 Leben. Nein. Nein. Mit 10 Leben rausgeflasht. Das war's so. Ich bin gestorben. Alle Tote außer du. Halt, nein, da hinten ist noch einer. Klopperchen, was macht der da hinten bei den Gegnern? Ja. Der geht voll ab. Klopperchen, komm zu mir. Das hat er nicht mehr geschafft. Und? Du lebst immer noch. Das ist echt krass. Nee, sie konnte halt nicht mehr so weit vierig gehen. Ja. Oh Mann. Aber da vielleicht der Fokus jetzt ziemlich auf mir. Ich wäre schon mal positiv. Oh Gott. Oh Gott. Und gestorben. Nein. Ah, Mist. Vor allem jetzt aber wieder mein Ulti. Du bist. Für mich kriege ich gleich mal die Heilung. Uh. Guck mich cool aus. Warte mal schnell. Nein. Oh verdammt. Ich wollte nicht gerade blitzen. So ein List. Hey, ich hab noch einen Assist bekommen. Nochmal einen Assist. Klopperchen war das, oder? Jo. Glaub schon. Ich hab erst einen Kill, bin ich schlecht. Vielleicht. Okay, bei mir haben wir mehr Schaden an ihrem Tower. Das ist gut. Aber so viel mehr ist es auch nicht. Ja. Genau das Prinzip, okay? Ja. Diese Ulti war jetzt echt schlecht. Genauso schlecht wie die vor allem in meinem, im letzten Spiel. Ach Gott, bei mir lagts ganz leicht. Bei mir nicht. Zumindest noch nicht. Ja. Achso, ich sprühe ja über den Ding. Über Wi-Fi. Ah, das ist nicht sehr gut. Jetzt lasst mich doch mal hier zufrieden. Ja. Er wird hilft. Ja. Und sogar einen Haufen Minions. Ach, scheiße. Als hab ich hier das Leben genommen. Ja, besser als ein Gegner. Nein! Einen Angriff und der wäre tot. Oh, ein Angriff und ich bin tot. Ich hole mir jetzt das Leben. Oh, nice. Autsch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mir geht's auch nicht anders. Oh, man. Wir sind... Oh, ausgehend. Die ganze Zeit so low. Oh. Oh Gott. Das war ich knapp. Ich hab kein Mana mehr. Nein, ich bin schon wieder fast tot. Nein, wer schießt mich da rum? Ich hab kein Mana mehr. Ich lebe noch. Oh Mann, ihr mit Ulti in zwei Sekunden, ne? Oh, ihr bekommt Mana. Ey, Mana. Ich hab... Alles. Nein! Oh, ich hab auf denselben gezielt. Der andere war fast gestorben. Nein! Jetzt bin ich gestorben. Uhu. Aber ich konnte mir Rabadans Todeshabe kaufen. Das ist gut. Oh Mann, vorhin hatte ich Rabadans Todeshabe 300. Ah, wurde gestorbt. Okay. Ähm... Was glaub ich mir dann? Glaub ich mir dich. Schauen wir mal, was die anderen da jetzt... Dorans Ring habt ihr fast alle. Können wir euch nicht. Und der... Von den Gegenden einer und... Und... Der MP LLL. Von uns. Der auch nicht. Ja, also... Das ist ja so, dass ich anstatt Schuhe immer den Dorans Ring kaufe. Mhm. Das ist auch Peler. Bei Six ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn du eine Schuhe kaufst, dann kannst du ein bisschen ausweichen. Aber... Auf der anderen Seite machst du mir Schaden. Ja. Du wirst ja zum Beispiel schon Schuhe. Ja. Nein, 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 nicht... Oh nein, nein! 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 Oh Gott, wir haben da gerade die Ulti so mehr. Ja. Nein, das war so ein schöner Moment für mein Ulti. Nein! Ich bin noch gestorben. Aber meine Ulti hat... Noch... Getroffen. Ja. Meine da noch. Aber leider ist Korne, von denen ich stand. Nein, leider nicht. Die haben sich geheilt. Habe ich genau gesehen. Oh, jetzt sind sie an unserem Turm. Ja. Und ich konnte gerade nicht mehr machen. Nein, ich auch nicht. Oh Mann. Ja, das war unser Turm. Meine Forschungen werden pimpotend wie Bombs ausweiger ist nicht leicht. Haha. Das ist auch nicht. Was? Starius hat wahrscheinlich jeder einzelne Bombe gefahren. Ja. Da kommt plötzlich diese Mini her. Läuft. 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 So. Jetzt fällt... Nein! Boah, Knall. Oh, der Flash. Ich glaube, er wollte sich töten lassen. Jetzt will ich mir ja schnell die Heilung hier. Davor was die kriegen. Nein, ich hab meinen Schatz. 32, 32. Ja, ich hab die beiden Ehren zu spät gezündet. Okay, mal kurz killen. Ah verdammt, hat mich niemand erwischt. So, bevor ich sterbe. Aha. Ach komm, jetzt überlebt er mit wenig. Ich hab ihn aber nachschauen können. Aber es war wenig. Boah, egal wer es war, er hat mir grad mein Leben gerettet. Und dann renne ich in ein Ulti rein. Na toll. Aha. Ah, der wäre fast gestorben. Der hat zickst, der wurde hin und her geschleudert. Er ist von Klopperchen, dann von sich selbst und dann hat noch einer von euch. Beiden da. Ja, also ich bin einig geschleudert worden. Tötet, oh. Ah, das war's mit dir. Aber die Ulti dafür war umsonst. Tötet, oh. Ah, die Kasse. Das ist wie du so, weil Iri kannst halt einiges schleudert anstatt dass die anderen irgendwas Gescheits machen. Keine Ahnung. Man könnte das Wehkant auf die Gegner schmeißen und die dann dafür irgendwie abbrechen. Eigentlich schon, ja. Nee, irgendwie selber. Kann man raus und runter schießen. Ah. Ah. Ah, der Fuß ist ein Schauber. Hey, wo kommt's Klopper mal her? Nein. Ah. Ich guck mal jetzt hier die Heilung. Ah, ja. Ah, ja. Oh, ja. Ich zeigst sie sich zwischen drei. Irgendein der Gegner haben wir komplett weggeschleudert. Oh Scheiße, das wird die Waffe verloren. Oh, jetzt habe ich ihn erwischt, ich weiß es nicht. Oh, ich bin löscht. Ich leb noch, ich leb noch. Ja, ich hab ihn! Nein, ich bin gestorben. Ein Gegner wurde getötet. Ihr wurdet getötet. Puh. Mit Zeit, dass wir endlich mal den Turm von ihnen töten. Uh, das war knapp. Oh, der PS. Der schleudert euch beide zurück. Oh, der Knopperchen hat sich direkt in eine der Bomben reingeschleudert. Wo bin ich überhaupt? Ich bin doch so weit hinten. Hau auf. Ja. Das war gut, das war jetzt sehr gut. Jetzt kann man theoretisch den Turm pushen, wenn man die einigermaßen zurückkommt. Ey, was ist denn hier los? Nein. Ich sterbe hier die ganze Zeit. Ja, wieder energetötet. Es steht immer noch fast gleich 43 zu 41. Verdammt. Der Turm ist fast besiegt. Ja, ich glaube jetzt jeden Lich Bane, dann... ...hat zumindest Gene. Und gleich lebe ich wieder. So, weiter. Ah, okay. Ich wehre innerhalb der Reichweite. Boah, ich hätte jetzt fast 500 Fächerstärke, wenn ich die richtigen Huhnseiten und so weiter gewählt hätte. Was wäre denn? Ah, der lebt noch vor... Ah, er ist noch gestorben. Gut. Nein, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Haben wir eine Heilung? Nein, haben wir nicht. Wär ich wieder zurückschossen in der gegnerischen Bombe rein. Wär ich wieder zurückschossen in der gegnerischen Bombe rein. Nein, da ist eine Bombe. Das ist es echt beim Krieg. Nein, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich brauche eine Heilung. Nein, da gibt es eine Heilung. Ah, Mist, die holt sich die andere. Okay, dann hole ich sie mir. Oh. Nein, und ich... Ich habe jetzt auch eine Ulti geschossen. Nein, verdammt. Ich bin so aufgeregt im Rampenlicht. Oh, ja, so aufgeregt. Das ist alles. Ja, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Nein, ich bin so aufgeregt. Das ist alles. Ich bin so aufgeregt. Oh, das war jetzt zu fail. Nein! Ja, oh ja. Das ist schon echt krasser. Schaut aus wie Mickey Mouse mit den drei Minenfeldern. Hahaha, genau. Wie geil. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Geil, komm schon. Wenn wir es jetzt wo so schaffen, dann zum Turm hier zum Kimmer, dann könnt ihr ihn richtig schnell runterpushen. Ja, dann zwei andere fehlen nur noch. Verdammt. Oh, drei Ultis auf ein. Oh, nein. Nicht gut, gar nicht. Verdammt. Mist. Das waren gerade drei Ultis am Stück, die was auf mich gefallen hat. Ich habe noch einige Spiele, also mit Annie habe ich sowieso immer wenig Leben, aber das war trotzdem schon krass. Das ist schon nicht mehr schön, denn hier sind wir fast komplett durchgerannt bei uns. Nein, ich hätte ihn fast erwischt. Wieso bin ich schon wieder fast tot? Ich muss mir den Turm holen. Ich muss mir den Turm holen. Lieber da raus. Bobby. Passt. Dann kann man wenigstens nicht komplett lösen. Wie meinst du das? Das sieht dich sicher aus. Hey, wo ist die Bappe hin? Okay. Das ist gut. Boah, da ist ne Ulti. Da ist noch ne Ulti. Da ist noch ne Ulti. Da ist noch ne Ulti. Und ich sterbe an ner Bombe. Ja, der wurde noch getroffen. Und nochmal. Oh man. Ich hab's fast geschafft. Es leben nur noch zwei. Ich hab's fast alle getötet. Ah nee. Drei leben wieder. Ah der andere ist wohl ganz hinten. Ah nee, da wurde einer erwischt. Ah fast. Ach der hat mir jetzt zer... Ach der hat alle spänen. Ah. Ah schade. Der hat jetzt auf Haus kaum kein können. Ja, das war's gewollt. Nein. Verdammt, jetzt haben wir verloren. Aber war ein lustiges Spiel. Verdammt. Verloren. Ah, es lag daran, dass ich die falschen Runen-Seiten gewählt hab. Ganz bestimmt. Verdammt. So Leute, Shoal ist bereits weg. Also zumindest aus dem TS hier ist er noch da. Ähm, was haben sie denn geschrieben? Good game this six. Report six. Welchen? Six. Order six. Welchen? Six. Hahaha. Jesus. Naja. Ich weiß gar nicht, was ich da drauf schreiben soll. Aber es war schon krass. Also 60 zu 57. Wir waren sehr gut. Aber vom Teamwerk waren wir ein bisschen besser. Wir haben ein bisschen mehr Assists. Obwohl wir weniger Kits haben. Sie haben mehr Kits, weniger Assists. Hätten eigentlich mehr haben müssen. Aber egal. Die haben einfach viel zu aggressiver gespielt. Und es lag daran, dass ich die falschen Runen- und Meisterschaftsseiten ausgewählt hätte. Oh, ich hätte fast 600 Fähigkeitsstärke am Ende gehabt. Wahrscheinlich. Meine Fähigkeitsstärke Runen-Seite gibt mir ja schon, glaube ich, 80 zusätzliche Fähigkeitsstärke. Auf Level 18 allerdings. Und das mit Rabodons Todeshopper, das wären alleine, glaube ich, schon 100 zusätzliche Fähigkeitsstärke gewesen. Das wäre schon krass. Und dann kommen ja noch die Meisterschaftsseiten auch noch dazu. Oh, Mist. Da wären so viele gestorben. Mist. Nur deswegen haben wir wahrscheinlich verloren. Naja. Das war aber ein tolles Spiel. Also ich würde gerne versuchen, hier alle zu ehren. Machen wir mal hier so. Ja, einfach mal. Abwechselnd. Mal sehen, ob ich es schaffe oder ob ich nicht genügend Ehrungen habe. Also unser Team ist komplett geehrt und wir... Ja, ich habe es geschafft. Ich habe immer noch Ehrungen. Ich muss mal wieder immer ehren. Okay. Dann... Ui, ich habe einen freundlichen und einen ehrenhaften Gegner bekommen. Geil. Naja, also dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder in einer für alle. Versprechen kann ich es nicht. Also... Ciao!